Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play, nicht zu Super Mario 3D World, das haben wir mit Maria schon Let's Played, sondern zu Bowser's Fury. Und zwar das Spiel, was zu sehen in Super Mario 3D World mit dabei ist, der Port für die Switch. Damals Bowser's Fury gab es noch nicht auf der Nintendo Wii U, also es ist hier komplett neu gewesen und es wird endlich mal Zeit, dass ich das auch mal Let's Playe. Und das soll jetzt als kleines Projekt hier auf dem Kanal starten, bis Splatoon 3 dann rauskommt. Mein Plan ist, dass dieses Let's Play gerade endet, einen Tag oder so bevor Splatoon 3 rauskommt, sodass wir dann schön danach mit Splatoon 3 weitermachen können. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß noch gar nichts zum Spiel zu Bowser's Fury, kein bisschen was. Ich habe noch keine einzigen Videoschnitte davon gesehen. Ich weiß auch gar nicht, was man da genau macht. Was ist das so ähnlich wie Super Mario 3D World? Keine Ahnung. Es ist komplett blind und ich würde sagen, wir gehen rein ins Abenteuer. Wir starten. Nein, Pixel Mario. Oh, nice. Oh. Was ist das? Ist das Öl? Was? Das M aus Super Mario Sunshine. Das M aus Super Mario Sunshine. Von dem Gegner von Super Mario Sunshine. Was? Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, schöne Wassereffekte. Ah. Okay. Jetzt sind wir hier. Oben links Katzen. Irgendwas mit Katzen. Keine Ahnung. Mit R kann ich mich umsehen. Mit B kann ich normal springen. Und das ist ja mal ganz interessant. Aber warum war da gerade das M aus Super Mario Sunshine? Das, was immer hier... Ah, mir fällt der Name nicht mehr ein von hier, Phantom Mario. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Also, das ist ja... Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet. Hier ist eine Münze. Hier kann ich hoch. Das ist hier. Ist hier auch was? Kann ich irgendwie hier lang? Warte. Da ist tot. Da ist sehr, sehr viel tot. Aber hier kann ich lang. Ist hier auch was? Ist das der richtige Weg? Oder gehe ich einem Secret gerade auf die Spur? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Geh mal wieder runter. Und es regnet hier auch die ganze Zeit so. Guck. Moment mal. Das ist hier ein großer Fußabdruck. Und mit drei Klauen. Okay. Und hier noch einer. Warte. Da ist ein großes Schiff. Was leuchtet da hinten? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Was ist sonst noch hier? Haben wir was? Nein. Gehen wir mal hier Richtung Schiff. Keine Ahnung, was das hier ist. Bowser. 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 Gut. Heißt ja auch Bowser's Fury. Also Bowser wird hier... eine wichtige Rolle spielen. Aber was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Kann ich sonst noch was machen? Ich kann eine Stampfattacke machen. Kann ich zum Beispiel einen Seitwärtsprung machen? Kann ich auch. Kann ich auch eine Rüffertseite machen? Ja. Kann ich. Um da hoch zu kommen. Ich würde nämlich mal gucken, dass ich das vielleicht mit einer Stampfattacke zerstöre. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Ja. B-Springen. Weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. So. Was ist das? Das erinnert mich an Super Mario Galaxy. Das Geisterschiff. Aus dieser Geistergalaxie. Was ist jetzt los? Moment mal. Eine riesige Bowser da hinten. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier mal gucken, dass wir hier durchkommen, ohne dass wir sterben. Das ist schon mal eine sehr coole Einführung. Was soll das jetzt? Ah. Ich stehe hier runter. Okay. Okay. Was ist hier? Gibt es hier auch irgendwelche Secret-Suche? Ich weiß es nicht. In jedem Fall kann ich jetzt hier hoch. Ich kann auch wieder aufs Schiff drauf. Ist hier irgendwas? Oh. Hallo? Bist du artig? Ich weiß es nicht. Sonst ist hier leider nichts. Gehen wir. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Da. Da. Da ist etwas. Was ist das? Ach. Das ist diese komische Katze dort. Was wir auch oben links sehen. Sind das diese Sammelgegenstände? Oh. Ich glaube ich muss hier hinter mal. Ui. Äh. Das ist jetzt so doof. Aber das ist eigentlich auch ganz gut. Dann komme ich hier oben hin. Ein Katzen. Eine Katzeninsignie. Auch eine Insignie wie ein Super Mario Sunshine. Ist das ganze Spiel jetzt hier auf Super Mario Sunshine angelehnt? Ist ja mal mega cool. Er hat eine Lebenserzeige über sich. Die ein bisschen tiefer gegangen ist. Was macht er jetzt? Wir fahren jetzt hier in Leuchtsturm. Was ist das für ein Bowser dort? Das sieht echt cool aus. Ähm. Okay. Okay. Hilfe. Bowser Junior schreibt nach Hilfe. Wirklich? So. Und diesen Turm haben wir jetzt in so gesehen freigeschaltet. Aber was können wir da jetzt machen? Außer hier hoch gehen. Ja gut. Eine schöne Aussicht haben wir hier. Und dann sieht man noch weitere Katzeninsignien. Interessante Musik. Wow. Hier geht es runter. Hilfe. Da war plötzlich kein Boden mehr. Aber ey. Wir haben das M. Wir haben jetzt Insignien. Und irgendwie erinnert mich das hier jetzt auch irgendwie an Super Mario Sunshine. In Super Mario Sunshine gab es in der Overworld auch Insignien. Tja. Boah. Ich bin gehyped. Ich bin gehyped. Das Let's Play sollte eigentlich schon lange starten. Allerdings da ja Super Mario Sunshine immer wieder pausiert wurde. Äh. Durch verschiedenste Probleme. Hat sich das immer ein bisschen hinausgezögert. Und jetzt ist dafür dann doch mal die Zeit. So Bowser Junior. Was ist mit dir los? Äh. Oh. Schönes Gemälde. Aha. Bowser hat sich transformiert zu einem Monster. Es scheint Bowser Junior ist in Schwierigkeiten. Warum redet er nicht? Mario. Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht was passiert ist. Ich habe versucht ihm zu helfen. Aber er ist so groß und wild. Ich schaffe es nicht Papa allein zurück zu verwandeln. Ich würde dich normalerweise niemals um Hilfe bitten. Aber ich würde alles dafür tun Papa zu retten. Also. Bitte hilf mir Mario. Jo. Okay. Du hast dich mit Bowser Junior zusammengetan. Aber. Wie viel Hilfe wünschst du dir überhaupt? Ah. Okay. Okay. Da können wir Einstellungen treffen. Wie viel Hilfe wir brauchen. Viel Hilfe. Keine Hilfe. Wenig Hilfe. Äh. Ich lasse mal die Standardeinstellung. Du hast Bowser Junior um wenig Hilfe gebeten. Du kannst diese Einstellung im Menü oder unter Optionen ändern. Eine Sache noch. Wenn du ein Joy-Con mit einer zweiten Person teilst. Kann diese Person Bowser Junior steuern. Wähle hierfür einfach im Menü den Zweispielermodus aus. Okay. Wir tun uns mit Bowser Junior zusammen. Das ist krass. Das ist krass. Das erinnert mich an so zum Beispiel Paper Mario oder Origami King. Oh. Ein Pilz. Ein Pilz. Ein Pilz. Aha. Aha. Okay. Ein Item. Item Dings. Da gibt es auch verschiedenste Items. Items die man glaube ich aus Super Mario 3D World kennt. Ja. Genau. Genau. Okay. Und Bowser Junior hat jetzt zusammen Fabienpinsel. Können wir mit dem irgendwie was anfangen? Ah. Und der kann hier auch die Münzen einsammeln. Okay. Okay. Gumbas. Kommt her. Ja komm. Wunderbar. Auch interessante Gumbas. Ich gucke mir hier alles an. Ich will hier alles erkunden. Weil ich hier immer noch so beeindruckt auch bin. Gehen wir mal zu diesem Gumbas. Tauchen kann ich auch. Sehr schön. Gut. Gehen wir mal vom Baum zu Baum. Ich finde es auch cool wie die Bäume hier so Katzenohren haben. Also hier ist alles auf Katzen anscheinend angelehnt. Was irgendwie cool ist. Und auch die Bücher haben solche Katzenohren. So was ist das für ein Tor? Ein Katzentor. Ah. Okay. Okay. Ah. Hier. Äh. Was? Lass den Leuchtturm strahlen. Samt Pfotenküste. Das ist unsere erste Mission den Leuchtturm erstrahlen zu lassen. Okay. Ah. Danke Bowser Junior. Ich glaube er hätte sich angekreuzt, dass er mir nicht helfen sollte. Dann würde er hier jetzt gar nichts machen. Und hätte ich gesagt viel Hilfe. Dann hätte er schon längst den zweiten Gegner besiegt. Würde ich mal schätzen. Ja ich belasse es erstmal bei wenig Hilfe. Warte. Oh da unten gibt es was. Danke Bowser Junior. Äh. Ja jetzt haben wir mal die Münzen ein. Genau. Mach's gut. Ah jetzt komme ich da nicht mehr hoch. So. Hier. Wunderbar. 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 Also er erinnert auch komplett wirklich natürlich an Super Mario 3D World. Ist ja nicht ohne Grund in diesem Spiel mit enthalten. Weil wenn man Super Mario 3D World kauft. Ist Super Mario. Äh. Ist Bowser's Beauty automatisch mit drin. Und. Ja. Wirklich sehr interessant. Oh. Was ist das? Eine rote Münze. Eine rote Katzenmünze. Okay. Und es gibt davon insgesamt fünf Stück. Oh. Wie süß seid ihr denn? Ihr seid ja süß. Äh. Was? Äh. Da ist. Da fällt mir gerade was ein. Heute morgen. War ich im Auto. War ich unterwegs bei uns im Dorf. Und. Äh. Eine Einbahnstraße. Und ich fahre also lang. Ziehe aus der Ferne. So eine Katze über die Straße laufen. Äh. Eine Sekunde später kommt noch eine Katze drüber. Die aber allerdings noch kleiner war. Und. Da habe ich sofort angehalten. Äh. Weil ich mir so dachte. Uh. Wenn da jetzt eine kleine Katze hinterher läuft. Können denn noch mehrere Katzen sein. So war es dann auch. Kam dann noch eine weitere Katze hinterher. Und dann noch eine. Und dann war ich halt schon näher. Hab davor angehalten. Und dann war noch eine weitere Katze da. Die erstmal ängstlich war. Und nicht über die Straße wollte. Ich sagte dann zur Katze. Na komm. Geh rüber. Geh rüber. Geh den anderen hinterher. Braucht ein paar Sekunden. Aber dann kam sie dann hinterher. Ich hatte in dem Moment leider meine Dashcam nicht an. Jetzt hätte ich das so gerne einfach mal mit aufgenommen. Ah. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber. Es war ein sehr sehr süßer Moment. Wir haben eine zweite Münze. Aber wir haben schon anscheinend eine Münze ausgelassen. Ich würde nochmal. Was ist denn das? Ich würde nochmal zurückgehen. So. Okay. Da kann ich Bowser Jr. anweisen. Geh da mal bitte hin. Aha. Cool. Die Katzen sind toll. Die Katzen sind echt toll. Ähm. Ich würde trotzdem mal kurz nochmal gucken. Ob ich vielleicht noch woanders eine Münze ausgelassen habe. Weil hier muss ja noch irgendwo eine sein. Vielleicht jetzt. Oh. Jetzt fängt es an zu regnen. Was? Dynamisches Wetter? Wie cool ist das bitte? Da hast du was. Bowser Jr. Bowser Jr. Mama. Mama. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Wo war er jetzt denn gerade? Gut. Er macht das erstmal da. Ist ja irgendwie was noch. Ne. Oh. Eine Feuerblume. Was ist das jetzt? Ich bin hier noch am Erkunden. Bowser. Lass das sein. Ich bin voll am Erkunden und so. Ei, 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 ei. Was ist das jetzt hier? Okay. Eine Feuerblume. Okay. Ja, Batterieleistung. Das Dach ist mir egal. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Was soll denn das jetzt hier? Ich bin doch noch voll am Erkunden und so. Aber okay, okay. Da oben gibt es was, ja. Münzen, Münzen. Ja toll. Da rein würde ich gerne, aber da brauche ich irgendwie Bowser's Hilfe, glaube ich zu. Oder kann das Bowser Jr. auch machen? Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Wir gehen mal weiter. Dabei war ich nur auf der Suche nach dieser blöden roten Münze. Was ist hier? Kann er da irgendwie was machen? Oder muss ich hier eine Stammattacke ausführen? Ja, Stammattacke. Was ist das jetzt? Warum ist alles so hell? Wow. Okay. Ich gehe mal hier hoch. Ey, was ist mit den Katzen los? Nein. Die Katzen. Was macht er jetzt für einen Angriff? Ich finde dieses Info hier megamäßig cool. Ich bin bisher richtig begeistert von Bowser's Fury. Und jetzt ist wieder alles vorbei. Was? Warum ist jetzt wieder alles vorbei? Also ich habe immer noch nicht diese eine rote Münze. Vielleicht kommt sie aber auch später. Das kann natürlich auch sein. Kann ich nochmal diesen... Ah, okay. So kann ich den machen. Hinten gibt es auch einen hier. Weißt du was? Wir gehen jetzt so weiter. Wir gehen jetzt so weiter. Vielleicht kommt die rote Münze noch. Vielleicht ist aber auch die Reihenfolge da nicht ganz so ersichtlich. Bei den roten Münzen. Das kann natürlich auch sein. Oh, ist da oben noch was? Oder waren wir da schon? Kann sein, dass wir da schon waren. Alles klar. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Hier haben wir noch ein bisschen was. Das will ich alles mal zerstören. Und die Münzen... Ach, darum kümmert sich Bowser's Fury schon. Der kümmert sich um unseren Geldbeutel. Das ist sehr, sehr gut so. Ich bin voll drauf reingefallen. Ich bin voll drauf reingefallen. Kann ich hier irgendwie hoch? Das wäre sehr freundlich. Danke. Danke, danke. Dann mache ich hier eine Abkürzung. Und dann... Da hoch kann ich auch noch. Stimmt. Zeigen mir auch die Tatzen an. Wir haben ein bisschen Geld. Nehme ich mit. So. Und jetzt hier nochmal richtig. So. Schön. Schön. Immer Schritt für Schritt. Immer Schritt für Schritt. Ah, nein. Aber ich habe anscheinend... die ganze Zeit Zugriff auf dieses Item-Inventar, oder? Zumindest kommt es mir so vor. Ich könnte mir reintötig jetzt ein Item nehmen. Mache ich tatsächlich auch. Ja, ich habe hier Zugriff. Komm, let's go. Ist interessant. Könnte sein, dass dadurch das Spiel sehr einfach wird. Ich weiß jetzt aber nicht. Darum ist die Katzen-Insignie. Ich denke mal, durch die roten Münzen kriegen wir bestimmt früher oder später auch nochmal eine Katze-Insignie. Würde ich mal schätzen. Aber... Dann muss ich erstmal alle roten Münzen finden. Ich weiß nicht, was es auch insgesamt hier für Sammelobjekte gibt. Ob ich das Spiel zu 100% mache, weiß ich auch noch nicht. Das steht noch alles in den Sternen. Ach, okay, da... Oh, ich habe doch nichts da berührt. Gut, sammeln wir das erstmal ein. Lass den Leuchtturm erstrahlen. Geschafft. Erinnert mich auch so ein bisschen an Super Mario Odyssey, so ähnlich. Weil da hat jeder Mond auch eine individuelle Bezeichnung, sag ich mal. Dann geht es doch... Okay, da kann ich rein, wenn ich fünf solche Katzen-Dinger habe. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Oh, ein sehr tiefer Fall. Gut, dass es keinen Fallschirm gibt. Stand Gigaglocke. Für die Erweckung der Gigaglocke. Brauchen wir mal fünf solche Hinsichteln. Das sind Sheep-Sheeps. Die sehen aber... Ich wollte gerade sagen, die sehen... Doch, die sehen. Und wie merkt... Ach, das sind solche Katzen-Sheep-Sheeps. Ah, die... Ja, moin. Sheep-Sheeps als Katzen-Sheep-Sheeps. Ist ja nice. Das ist ja wirklich mega nice. So, was ist hier? Ah, da waren wir? Da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Okay, dann gehen wir mal jetzt in die andere Richtung. Kann ich schneller schwimmen? Nee, kann ich nicht. Aber wir können hier... Komm, wir gehen da hinten hin. Das sieht da sehr interessant aus. Das sieht da sehr interessant aus. Ich kann ja auch weit... Achso, na gut. Es scheint, als hätte Bowser Junior noch mehr zu sagen. Wow, eine Gigaglocke. Über die Dinger habe ich mal einen coolen Spruch gehört. Ich glaube, der ging so. Wenn das Monster sich erhebt, wird die Gigaglocke ertönen. Das ist ja ähnlich. Aber erst müssen wir das klebrige Zeug herunterbekommen. Mit mehr Katzeninsichten sollten wir es schaffen. Okay. Okay, das erinnert mich so auch an natürlich Super Mario's Sunshine, wo wir auch Insignium brauchten, um Level halt freizuschalten. Um das dann da zu säubern. Lass den Neusturm strahlen. Hier in der Boing-Boing-Insel. Zack. Zack. Nice, nice. Hier unten ist bestimmt noch was. Was ist denn das hier? Achso. Ja, moin. Wow, da kommt man aber sehr hoch. Und da ist noch eine rote Münze. Ist das jetzt eine... Nein. Ist das jetzt eine andere rote Münze? Ja, das ist ein anderes Gebiet und andere rote Münzen anscheinend. Wow, nicht der Münze. Danke. Ich nehme mir mal einen Pils. Ja, moin. Ich habe währenddessen irgendwie auch woanders einen Pils eingesammelt. Oh, bummererang. Nehme ich. Den nehme ich. Gut, da habe ich den Pils jetzt umsonst eingesetzt. Aber gut. Vielleicht hätte ich keinen Pils gehabt, dann hätte ich vielleicht hier auch nur einen Pils bekommen. Kann natürlich sein. So, und hier runter. Und Katzenbummeränge. Nice. So, jetzt kann ich alles zerstören. Was ist denn hier hinten? Hier hinten ist etwas. Äh, Bowser Jr.? Mama, Mama, Mama. Ja, komm, hier. Warum macht er nichts? Ah, jetzt. Vielleicht auch eine rote Münze. Ah, nein. Noch ein bummererang. Nehme mal mit. Nehme mal mit. Und hier ist eine rote Münze. Brauche ich den bummererang dazu? Sehr schön. Die roten Münzen, die... Interessieren mich schon, was es dafür gibt. Ich hoffe, die bleiben auch gespeichert. Das wäre sehr gut, wenn die gespeichert wären. Weil es wäre sonst ein bisschen doof, dass man immer normales neu sammeln muss. So, tschüss mit dir. Geht's hier hoch. Hier ist nur eine Münze, alles klar. Sonst haben wir hier auch nichts Besonderes. Ne, ne. Dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter. So, hier hin. Sehr gut. Ist hier unten noch irgendwie was? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir hier von Plattform zu Plattform. Hallo. Sehr schön. Schön eliminiert. Nochmal ein bummererang. Ja, nehmen wir alles mit. Können wir schön früher, später gebrauchen. Gibt's hier sonst noch Secret-mäßig irgendwie was? Ich versuche auch mal hinter die Ecken zu gucken. Oh, schon wieder Katzen. Die Katzen müssen doch auch was zu bedeuten haben. Warum sind die ja schon wieder Katzen? Jetzt erstmal hier die Münze. Nice. Kann ich mit euch irgendwas sonst noch anfangen? Ne, irgendwie nicht. Wow, 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 wow. Da ging's hoch hinaus. Und hier geht's weiter. Das ist die Katzeninsignis schon wieder. Yeah, das war ein schöner Flug. Wow, wie habe ich den besiegt bekommen? Ich weiß es nicht. Wow, ein Wind. Ein Wind. Ich habe das Gefühl, Bowser kommt gleich wieder an. Dann sammeln wir schnell den Insignis ein. Yes. Lass den Leuten... Aber ist auch derselbe Tite wie vorher auch. Bei der anderen. Und der Leuchtturm erstrahlt. Oh, und da können wir jetzt zu einem neuen Gebiet vordringen. Nice. Was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt hochgehe? Ist hier noch irgendwie was? Dieser Leuchtturm möchte etwas ans Licht bringen. Das Licht eines Katzeninsignis lässt das klebrige, dunkle Zeug verschwinden. Manche der Katzeninsignis können jedoch ein wenig tüchtern sein. So dass du nicht fündig werden, zieh dich auch auf anderen Inseln um. Inseln mit Leuchttürmen sind immer ein guter Startpunkt. Am besten suchst du dir einen hochgelegenen Ort und suchst von dort aus die Umgebung ab. Okay, okay. Da ist noch eine rote Münze. Da ist noch eine rote Münze. Also hier fehlt dann nach dieser roten Münze fehlt nur noch eine andere rote Münze. Was ist das für ein Geräusch? Gefällt mir nicht. Ach, Bowser. Steckt wieder zu. Oh, da ist er sogar. Da ist er sogar. Ich gehe mal runter. Ich gehe mal runter. Vielleicht ist hier unten noch die andere rote Münze. Okay. Ich gehe mal kurz hier hin. Hier bin ich safe. Oh, toll. Jetzt ist das natürlich weg. Da, 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 da. Bowser Jr. Schlecht, beeil dich, beeil dich. Komm, komm. Bowser Jr. Let's go. Mach doch. Mach doch. Er macht nicht. Doch, jetzt. Komm her, komm her. Eine Röhre? Wohin? Wow. Zum Schatzraum. Nice. Alles her damit. Äh, Bowser Jr., das ist übrigens alles meins. Ja, vielleicht gebe ich dir auch zwei Münzen ab. Das kann natürlich sein, aber weiß ich noch nicht. Schöner Schatzraum. Und jetzt ist Bowser wieder weg. Der hat sich gedacht, wo ist denn Mario hin? Äh, wenn er nicht mehr da ist, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Äh, ja, wo ist denn die letzte rote Münze noch? Das will, da um, da um ist er. Dann schwimme ich da mal ganz eben mal hin. So, und dann jetzt hier hoch. Und dann war sie da oben irgendwie. Da muss ich mal kurz gucken, wie komme ich da am besten ran. Ich gehe mal hier erstmal hoch. Von hier aus hier rüber springen. Ja, ja, ja. Und so komme ich dann da hin. Mal gucken, was es dafür jetzt gibt. Bestimmt auch eine Insigne, oder? Ja. Fünf Katzen-Insignis-Stücke. Nice. Somit der Strahl der Leuchtung wahrscheinlich noch mal ein bisschen heller. Sehr schön. Ähm, ich würde sogar sagen, wir gehen noch mal ins Gebiet, äh, was wir davor bereist haben. Da hinten. Und da will ich auch noch mal die restlichen roten Münzen sammeln. Ja, und dann ist der erste Part auch schon vorbei. Was ist das da für ein Block da hinten? Den sehe ich als jetzt. Da. Okay. Was ist denn? Und das? Ah! Luigi! Äh, den muss ich wohl besiegen. Das erinnert mich, das ist doch auch eine Mission aus Super Mario Sunshine. Da haben wir nicht. Äh, fast. Jetzt geht er da hoch. Da bin ich ja eigentlich froh, dass ich gerade einen Bumerang habe. Damit kann ich ihn schön treffen. Aber echt coole Mission. Echt coole Mission. Kann sein, dass es für ihn entweder eine Insigne gibt, oder eine rote Münze. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Nice. Eine Insigne tatsächlich. Ja, moin. Okay. Und dann machen wir den Leuchtturm jetzt so frei. Und da ist noch eine rote Münze. Ich sehe sie. Glaube ich. Oder? Das. Achso, es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster erwacht, so erwache ich auch. Okay. Aber ich will immer noch die roten Münzen sammeln. Die sind ja hier noch irgendwo. Da. 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 Äh, hier. Hier. Hier ist eine. Äh, ich nehme hier mal kurz. Äh, das ist hier ein doofer Punkt zum Katzenglocke nehmen. So, und zwar nehme ich mir jetzt eine Katzenglocke. Wird es dann einfach ausgetauscht? Ja, wird ausgetauscht. Sehr schön. Ja, das macht so einiges entspannter. Drei Brutumens haben wir. Wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Und von hier aus dann da hochschwimmen, würde ich schätzen. Okay, dann haben wir schon mal eine von drei. Ich hoffe, das ist richtig, dass ich jetzt hier hoch muss. Na komm, Mario. Mario. Jetzt. Warte, warte. Jetzt. Jetzt. Sehr schön. Wunderbar. Dann mal gucken, wo die anderen beiden sind. Hier ist ein Kupapanzer. Der war eben auch noch nicht da. Gut, mit dem kann ich aber nichts anfangen. Ja, mein. Das hatte Bowser Jr. gerade gemeint. Der hat sich hier irgendwie so umgeguckt. Ah ja, und dieses Ding. Das ist auch hier jetzt so. Und da kann man sich ein Random Item auswählen. Ja, sehr schön. Doch, überall diese Kupapanzer jetzt. Und das Ding ist immer noch nicht offen. Da ist bestimmt eine rote Münze dahinter. Aber, Bowser kommt gleich wieder. Ich warte mal kurz ab, bis Bowser wieder da ist. So, so. Jetzt muss irgendwie das Ding aufgemacht werden. Ey, okay. Was passiert da jetzt? Das Event wollte ich noch nicht auslösen. Da wollte ich dann später hin. Aber, okay. Okay, okay. Ja, jetzt muss das hier irgendwie zerstört werden. Nur, wie machen wir das am besten? Da brauchen wir vom Bowser sein. Ja, genau. Diesen Atem brauchen wir. Genau diesen Atem. Yes. Was? Da ist ein anderer Insignal drin. Ja, moin. Zerstöre die Wutblöcke. Boah, wie viel es hier zu entdecken geht. Was ist das für cooles Zeug hier? Ah, da hat man gerade noch ein paar Insignal drin gesehen. Und das Licht schadet, Bowser. Man merkt es, wie es ihm schadet. Je mehr wir freidecken, desto... ...besser für uns. Ja, mein. Okay. Da, da. Da ist einer. Da ist noch einer. Die hat man ja auch schon gesehen. Haben wir sie, haben wir sie, haben wir sie. Ach komm, schnell, irgendwie... An, push. Nein, nein. Ich fall runter. Ich da irgendwie hoch noch? Das wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß es nicht. Ne, da komm ich nicht hoch. Doch, ich muss da irgendwie hochkommen. Nur wie? Dieser Leuchtturm hat ein paar glänzende Neuigkeiten für dich. Es lohnt sich Münzen zu sammeln. Jedes Mal, wenn du 100 Münzen beisammen hast, erhältst du ein Power-Up-Item. Außerdem kannst du bis zu 5 Power-Up-Items jeder Sorte speichern. Achso, oh, cool. Das finde ich gut, dass da eine Limitation ist. Die könnten dir sicherlich bei deinem Abenteuer nützlich sein. Sammle also fleißig bin es und sichere dir einen Vorrat an Power-Ups. Gut, du bist im Raum, wo ich jetzt da oben? Ah, das hat das nächste Bedeutung. Doch, wie komme ich darüber? Ich kann mir ja gut vorstellen, dass da die rote Münze ist. Ja, müsste ich einen Tanuki haben, aber Tanuki ist das Einzige, was ich halt noch nicht habe. Das ist natürlich doof. Auch schön gelandet, Mario. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Aha, da ist die letzte. Da ist die letzte. Die ist weit am Anfang. Also kann man doch ein bisschen auf die Position der roten Münzen in der Anzeige vertrauen, denke ich mal. Okay, dann war es das für diesen Part. Und ich bin gespannt, was der nächste Part uns hier so bringt. Das wird sehr schön, denke ich mal. Also, ich hoffe, ihr freut euch auf das kleine neue Projekt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020